Oya Gaming! Wir sind wieder dabei heute mit der Oya Gaming Reunion. Euer Moderator Sully. Moderator? Er führt das Gespräch. Unsere heutigen Gäste sind... DithyJoker! BeeBot! Und keiner! Und BeeBot2! Heißt der nicht BeeBop? Heißt der nicht BeeBop bei den Turtles? BeeBop? BeePopei? Bei den Turtles? Wie hieß denn der eine? Oder BeeBop? Oder war BeeBop der nicht bei BeeBop? BeeBop und Inspekter Gatset. Ja genau, die meinte ich. Ja, es ist Turtles. Ja! Die spielen übrigens im zweiten Teil mit. Wirst du ein Teil des Spiels? Ich glaube ich kenne nicht mal den ersten. BeeBop und Rocks. Nach dem gelungenen Remake. Ich fand's gut. Da spielte eigentlich auch wieder die gute Megan mit. Ja, Sighi. Vielleicht kann sie sich noch weniger bewegen. so gesichtstechnisch. Megan Botox. Megan Botox. Meinst du, da kann... Macht sie irgendwann die von... Die heißen dieser scheiß Film. Twilight? Ja genau. Ja, aber die kann sie von der Tur aus nicht. Die Mimik von Darth Vader hat. Das ist eigentlich schon ziemlich schlimm. Verlässe die nicht besteigen. Das ist schlecht. Das ist eigentlich schon ziemlich schlimm, dass ich den Film nicht weiß und du genau weißt, was ich sagen will. Bin ich nicht schlimm. Das gehört zur Bildung. Twilight gehört zur Bildung. Ich hab den ersten Film gesehen, hat mir gereicht. Hat Megan gereicht? Der auch. Ich sterbe. Ey, unser Roboter geht kaputt. Nein! Das ist schon eine Sequenz. Oh! Ihre Sequenz. Remrod. Power Rangers kommen gleich. Wir sollen neun Power Rangers führen gehen mit uns. Ja. Den müssen wir gucken, Jungs. Beste Serie ever. If you want some. You can get some. So, töte Felicity. Jetzt geht's los. Wie, jetzt müssen wir gegen unseren eigenen Roboter kämpfen? Nein, nur außer Gefecht setzen. Ach so. Ich zieh mich zurück. Mach ich mit. Ich hau ab. Lass mal Roboter gegen Roboter kämpfen. Ja. Finde ich gut. Vater und Sohn. Nein, die hat doch keine Chance. Ja, stimmt. Gibt's da irgendein besonderes Ziel? Ja, die hat verschiedene Geschütze. Ja, da mitten und rein in das Gute. Und sie wird Bomben. Ja, das wird schwer. Muss ich weg. Finde mal schön ins Auge. Wow. 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 Alter, dieser Drecksack. Das tat weh. Könnte Hilfe gebrauchen, wenn möglich. Oh, was hat denn der für ein Mega-Laser? Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen mit den Out-of-Side arbeiten und so. Alle tot. Das wäre schön. Ich werde mich selbst wiederbeleben. Indem du ihn tötest? Ja. Er braucht nicht mehr viel. Wer hat's gleich hinter sich? Ja, ich habe es hinter mir. Was passiert jetzt? Ich habe den Level geschafft. Okay, ich werde wieder ins Spiel eingreifen. Man kann sich aber übrigens tatsächlich ganz gut selbst bei der Überwachungspots rumlaufen. Das ist ein Toter. Mir nach. Ich kenne den Weg. Der Roboter kennt hier unfaire Scheats. Ich hasse Roboter, die cheaten. Bin ich ja eigentlich. Ist das richtig? Nö. Wir sind in die falsche Richtung. Irgendwie hat die gerade ein Schutzschild, kann das sein? So ist die kleinen Roboter töten. Jetzt kommen wir nicht mit Logik hier, ja? Ne, die fliegenden. Die Schilddrohnen. Ach, die kleinen, ja. Hast du das Schild her, Mädchen? Ja, wir schießen wir doch mal, du Affenart. Der kommt doch schon wieder auf mich zu. Ne, auf mich. Kann mal einer den kleinen Roboter kaputt machen? Wem? Die Bot? Ich hab ihn ein paar Mal getroffen. Warum krieg ich denn hier eigentlich die ganze Zeit? Der nervt, dieser kleine Flitzer. Hallo? Meine Presse hier. Ich bin da. Ich bin da. Was ist das für ein Viech? Alter. Nächstes Level. Glückwunsch. Heimartime. It's Heimartime. Wir kack Überwachungspots hat sie denn noch. Bing! Neue Sterne. Blackmatch auf. So, Bot is down. Oder? Schilddrohne ist glaube ich auch down. Wir müssen nur noch den Boss haben jetzt. Naja. Unsere Leder gerade wieder. Der ist gerade mal wieder heiß unterwegs. Nö. Echt? Oh nein. Der geht gerade auf mich rein. Jetzt kommt er wieder ab. Oh, er schießt. Der schießt glaube ich. Was? Der schießt? Der schießt. Der schießt. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Der will zu mir. Nein. Hilfe. Ich hänge. Nächstes Level. Jarkon ist aufgestiegen. Glückwunsch. Habe ich es auch eigentlich mal wieder geschafft. Habe ich es auch eigentlich mal wieder geschafft. Da da unten. Jetzt. Ah. Haben wir es? Dreh auf. 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 Mach doch mal was. Auf jeden Fall kann man hier auf ihn schießen. Das finde ich. Das kann sich nur um Stunden handeln hier liebe Leute. Aber. Das macht ja nichts. Die Union kann nichts aufhalten. Schon gar nicht so ein Felicity Bot. Oh hallo. Ey cool. Ich habe mich irgendwie an den Kopf geworfen was die ganze Zeit jetzt dran zieht. Das hat mir getan. Ey das hat richtig viel Energie der kleine Arsche. Ja geht doch. Ein Puttel haben wir schon. Ja dauert nur noch ein Stück. Jetzt ist es schön. Ja. Überlegen wir mal irgendwie ob wir während des Bosskampf einen neuen Tomaten dafür holen. Alter Tomatensaft. Man lebt halt verantwortungslos. Mit fast 30 und so. Fast 30. Ja. Wolltest du was sagen? Das ist schon hinter mir. Die zweite 30. Na. Wer haut da auf den Tisch? Einer muss ja mal auf den Tisch schauen hier. Dadurch wird es auch nicht besser. Mann. Dieser kleine verfickte Roboter. Ich fände ihn nicht töten. Komm schon. Wow. Wow. Alter diese Überwachungsposten. Die sind aus. Die sind mal wiederbelebt. Au. Einer habe ich zerlebt. Hilfe. Kann noch gar nicht angehen. Die drei Waffen haben alle sind leer. Keine Munition. Oh man. Mr. B sie sollten abhauen. Und es ist noch einer. Aua. Ich geh zu. Munition. Munition. Na. So. Der kleine. Jetzt kann er wieder drauf. Komm her. Komm her. Komm zu Papa. Der wirft den hier schon wieder mit Granaten. Bin schon da. Jo. Asubi. Asubi. Der wirft den hier schon wieder mit Granaten. Ich bin schon da. Asubi. Wir haben nur mit den Reшь. Oh scheiße. Oh 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 oh. Was ist denn da los? Aichei, aichei, aichei. It's going down. Was bringen denn eigentlich diese Überwachungsposten, wenn wir sie nicht töten? Die nerven einfach. Ja, das ist OK. Das ist ein guter Grund sie zu töten, aber es ist auch noch ein richtig. Das hier. man sagt doch jetzt mal nach und ich habe noch eine reparatur drohen ach du meine so das sind also wer hat gerade diesen bot abgeknallt ich nicht ich bin gestorben es ist ein Gärter im Rüstig so hat er selbst gerettet ich musste gleich erst mal Punkte verteilen wie Punkte gibt es Punkte bestimmt nicht bekommen Ich hab doch noch vorhin ein Level aufgestiegen ist, mich hab ich noch auf. Versteh ich nicht. Sag nicht, du hast noch gar keine Skill-Punkte verteilt. Ja sicher hab ich. Will das dann? Ne, hat er nicht. Ich hab vielleicht keine Munition mehr. Will das dann? Du musst immer sterben. Ich hab mal, bei mir kommt grad eine Erinnerung. Du hast einen Skill-Punkte übrigens in deine Punkte zu verteilt. Ich hab generell keine Munition mehr. Mach dann jetzt ausrasten. Gut. Ich freu mich aber. Rap-Bot. Rap-Bot. Alter, ich hab keine verfackte Munition. Huh, was fliegt der Heft? Hälfte haben wir schon, das läuft. Oh, Heft. So weit zu cool, aber warum greifen wir uns an? Let's down. Rechte oder Prototypen, was ist das für ne Scheiße? Hm. Ich hab schon wieder keine Muni. Bevor ich sie kontrollieren kann. Ach, der kleine Witzkopf. 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 Dann lass dich mal besser sterben, dann hast du gleich wieder Munition. Vielen Dank. Ich hab dir nur gefallen getan. Oh, ja. Oh, ich hab keine Munition mehr. Dann lass dich mal sterben. Ja. Ich hab auch sterben. Klubs runter, Soldaten. Mach was draus. Nutze den Schmerz. Willkommen in meine bescheidenen Lade. Meine Herren. Die ist schon mal in deiner fetten Wuppen, weil ich sonst nichts mehr habe. Wo ist denn das Felicity Schiff gerade? Bei Jarkon? Ach, da hinten. Ich seh's. Hinten? In der Ecke. Jetzt geht's rund. Na hoffentlich. Die kleinen Scheißer sind schon runter. So. Zwei Schuss hab ich noch. Das wird ein komische Viecher. Das wird ein komische Viecher. Oh. Oh. Oh, oh. Es kommt. Er hat gesessen. Hast du? Ich hab doch gar nichts auf mich geschossen. Das ist doch ne Frechheit. Ich glaub wir müssen uns mal um die kleinen kümmern. Die langer Hüberhand. Alter. Dieser Laser, ne. Der ist ja mal mehr als tödlich. Alter. Du stehst doch mitten aufm... mitten aufm Platz. Ja. Ich trau mich halt was. Tolle Idee. Oh, hier sind ganz schön viele. Ja. Ich komm doch mal wieder von hinten, ne. Mach mal. Das kannst du sowieso am besten. Ich weiß, dass du das magst. Ja, geht so. Geht so. Geht so. Ja, geht so. Ja, geht so. War ne volle Ladung. So. Es geht wieder. Sieht dir ganz gut aus. Jetzt muss ich noch mal sie wieder Zeit für Hüls. Au. Alles klar. So, sie steht da dumm rum. Einfach mal alles, was wir haben. Feuer. Machen wir doch. Könnte wieder beliebt werden, wenn irgendwer möchte. Ich bin echt tot. Ich biete mich an. Komm mal. Er bietet sich an. Ja, ja. Ich versuche meinen. Einer Black Mage. Ich bin zum Black Mage. Versuche ihn zu retten. In kleinen Formen. Jarkone. Jarkone. Schieß. Schieß. Jawoll. Gefährlich. Laser. So. Ja. Dachst du es? Sehr gut. Jetzt bleibt man down. Ja. Es geht ganz gut. Wir müssen auf die Laser aufpassen. Oh, die sind schnackern. Was denn? Nicht in meinem Schutzfeld. Weiß ich, dass du hinter mir stehst? Ich stehe die ganze Zeit auf dem gleichen Fleck. Ich stehe die ganze Zeit auf dem gleichen Fleck. Wegen der bin ich jetzt tot. Ja, ich auch. Du bist auch wegen dir tot, ne? Ja. Ja, genau. Ne, wie traf ich gerade nicht. Ich komme. Nämlich kurz jemand. Ja, wir sind alle drei tot oder gleich. Also ich bin ja an der Sicht in der Stelle. Ich würde ihn sich sterben lassen. Oh, fuck it. Das hast du jetzt davon. Ich hoffe, du bist auch gestorben. Ja. Und mein Bildschirm ist schwarz. Was? Ja, ich gestorben bin. Scheinbar nicht mehr wiederkomme. Ich werde meine Leben aufgebaut. Äh, wo bin ich gestartet? Äh, wo bin ich gestartet? Äh, war ich gar nicht tot? Hab ich noch gerest, anscheinend? Ja, wo bin ich tot? Ja. Also jetzt liege ich hier wieder, aber es war komisch. Ich hatte einen schwarzen Bildschirm und dann war ich wieder da. What? Ein Bildschirm. Hotzen. Hotzen. Schwarzen, ne? So, wir haben sie bald. Wir kommen Raketen auf und zu. Nein. Nein. Was schiebt denn hier schon wieder auf mich? Ja. Laser. Stirb doch endlich. Echt, der ist nervt. Mal richtig, das Viech. Oh, Felicity. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Au. Raketen. Ich würde einen Rest nehmen, wenn... Guter. Danke. Ich möchte ihn töten. Ich möchte ihn töten. Ich möchte ihn töten. Will nicht? Nein, ich. Nie. Also dicht danach, aber... Ach, was denn? Ich bin doch gelogen. Ja, was? Ich war's. Ich war's. Jetzt stirb doch endlich. Achso, sie kann... Es ist schon fertig. Es ist schon vorbei. Ne, irgendwie. Doch, doch. Letzte Amok. Felicity, außer Gefecht. Amok. 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 Droidenarmee. Droidenarmee. Aber, äh, es kommt auch aufs Aussehen an. Denen fehlt, äh, das, äh, gewisse Etwas. Spritzen wir sie, Hyperion Gelb. Ja, Sir. B, B, B. Jaha, Mh. Jaha, das hab ich gemeint. Jaha, das hab ich gemeint. Jaha, geil. Jaha, geil. Jaha, geil. Jaha, soll ich jetzt mehr davon produzieren? Jaha, mehr. Jaha, wenn ich so drüber nachdenke, so manches müsste auch aufgepeppt werden. Jaha, ich notier mir das mal kurz so. Jaha, coole neue Namen und Farben für Hyperion-Waffen. Äh, die Tastatur ist voll laut. Unprofessionär. Wie sind die Waffen alle scheiße, die es hier immer gibt? Geht. Vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Möglich. Wir gehen zurück zu Moxie. Machen wir mal. Ich komm dann auch mal. Die Reise beginnt. Oh nein, bitte kein Abruf. Man, mir tut der Arsch weh, Jungs. Von was? Vom Sitzen. Die Aufnahme noch an? Die Aufnahme noch an? Ja, warum? Nee, weil beim Reisen ist das ja öfter mal abgebrochen. Ich frag einfach nur mal, ob das vielleicht nach vier Monaten mal anders geworden ist. Ich muss mich daran erinnern, dass es beim Reisen abgebrochen ist. Doch. 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 Ich auch nicht. Doch. Ganz viele Questen. Keine annehmen. Keine annehmen. Ganz viele Ausrufungszeichen. Will erst zu Moxie. Wo ist die denn? Hier irgendwie. Ach. Hier. Hier ist Jack. Wir bauen eine Roboterarmee. Nicht angemeldet für Shift. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Warum tanzt denn der Roboter hier so gerne? Timmel kann das nicht. Oh, das Tanzbettel zwischen den Roboter. Ich denke auch. Oh, das Laser. Roland. Ist doch belogen. Hast du die getötet? Leider nein. Entzischen wir mal. Erkennt ihr den Weg? Jack. Jack. Mal wieder. Ich habe keine Staffel. Die ersten zwei Folgen. Wenn wir den Laser nicht bald abschreiben, können wir den ganzen Raum abschreiben. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Lasst uns Helden sein. Das war aber gerade laut. Kann ich. Dann müssen wir den hin. Müssen wir jetzt alle einzeln reisen oder was ist los? Hä? Hä? Helios? Ah, wir müssen zu Fuß gehen. Ich würde gerade sagen. Himmel verarscht uns schon wieder. Aber ich kann nicht zu Helios reisen. Achso, wir können auf die Karte gucken, ob wir generell hin müssten, oder? Wir müssen zu Fuß gehen. Zu Fuß gehen? Ja, aber wohin denn? Jetzt lag nicht zu Helios. Oh, das Zeichen ist. Ja, das wäre echt schlau. Ja, der ist krank. Hast du nicht verdient. Ja, ich weiß. Da sind wir doch schon. Ich würde es aber sagen, in der nächsten Folge sind wir auf der anderen Seite. Genau. Gut. Die Johanniadas Zeit. So sieht es nämlich aus. Also bis gleich. Bis gleich und tschüss. Tschüss. Tschüss.